Buonasera, Signorina, Buonasera. Buonasera, Adriano. Buonasera, Ania. Buonasera, liebe Seria Maria Geste. Buonasera. Weißt du eigentlich, was wir machen am 19. März? Nein, was machen wir? Eine Live-Show. Wow! Ja, ihr esst unser Menü zu Hause. Interessante. Sehr. Und ihr könnt ja auch dazu ganz viel gewinnen. Buonasera, Signorina, Buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognar. Am 19. März. Ciao! Ciao!